Und los. Ach, Biene, wir haben überlegt, Samstagabend um 8 bei uns. Oh, das ist schön. Ja, freu ich mich. Wer kommt denn noch? Die Frauen aus dem Teufelsmoor. Aber denen habe ich gesagt um halb 8, dann trefft ihr in etwa gleichzeitig ein. Ja, stimmt. Die kommen ja immer ein bisschen spät. Sag, brauchst du ein Weihnachtsgeschenk für die beiden noch? Ja. Kennst du Warten auf Goliath? Ja, ach, das mit den putzigen Bären, diesen blöden Rotkehlchen und der zauberhaften Schnecke. Die immer zu spät kommt. Ja. Gut.